Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 84 und dem Thema Unentschlossenheit auflösen. Herzlich Willkommen zum Durchstarter-Podcast Folge Nummer 84, heute mit dem Thema Unentschlossenheit auflösen. Wenn du das jetzt gerade hörst, stell dir ganz ehrlich die Frage, bist du ein Mensch, der in der Lage ist, schnell große Entscheidungen zu treffen, ja oder nein? Fällt es dir manchmal schwierig, dich für oder gegen etwas zu entscheiden? Denkst du lange in endlosen Gedankenschleifen darüber nach, etwas zu tun oder etwas zu lassen? Ganz, ganz viele Menschen leben in einer Beziehung, von der sie wissen, dass sie schon lange zu Ende ist. Und das ganz große Drama ist, dass ihre Unentschlossenheit dazu führt, dass sie in einem Rahmen, in einem Umfeld verweilen, was ihnen die Energie raubt, was das Leben von wow, super zu total nervig werden lässt, die anfangen zu nörgeln, zu meckern und diese ganze Energie irgendwie schwindet. Eine gute Bezeichnung für diese ungesunde Einstellung ist auch mentale Lähmung. Die Unentschlossenheit resultiert meistens aus der Angst vor dem Versagen. Und aus der Angst vor dem Unbekannten, was nämlich dann passiert, wenn ich diese Entscheidung treffe, wir fürchten uns so sehr davor, eine falsche Entscheidung zu treffen, dass wir schließlich zu gar keiner Entscheidung mehr fähig sind und ganz oft dazu tendieren, etwas, was uns schon bewusst nicht gut tut, einfach weiter zu ertragen. Und irgendwann muss es dann so schmerzhaft werden, so ungemütlich werden, dass der Schmerz so groß wird, dass du das nicht mehr aushalten kannst. Und manche Menschen, die drücken sich so lange vor der Entscheidung, dass es irgendwann in ihrem Leben ein Event gibt, an dem irgendetwas passiert. Der Partner geht, der Arbeitgeber kündigt dir oder es gibt ein körperliches Symptom und du wirst sozusagen total aus der Bahn geworfen. Dann signalisiert dir das Leben, hey, wenn du nicht in der Lage bist, eine Entscheidung zu treffen, dann zeige ich dir, dass es jetzt Zeit wird, eine Entscheidung zu treffen. Das ist sozusagen das Warnsignal. Das Endergebnis davon, wenn wir uns nicht entschließen oder nicht entscheiden können, ist folgendes. Und zwar, dass ein anderer für dich auswählt und entscheidet. Wenn du die Entscheidung nicht triffst, dann wird entweder dein Partner, dein Arbeitgeber oder dein Umfeld Entscheidungen treffen. Andere werden stets gerne für dich entscheiden. Allerdings wirst du wohl meistens nicht sehr glücklich mit diesen Entscheidungen der anderen sein, denn niemand weiß besser, was du wirklich alles willst als du. Nur du weißt doch wirklich, was da in dir vorgeht, was in deinem Kopf ist, wo du hin willst oder nicht hin willst. Und was dir gut tut und was dir nicht gut tut, was dir Energie gibt und was dir Energie raubt. Wahr oder wahr? Und ich sage dir noch was, ein geiles Leben steckt voller Herausforderungen. Und jede davon, jede von diesen Herausforderungen, die du bestehen musst, die dir das Leben schickt, um ein wirklich außergewöhnliches Leben zu kreieren und zu leben, verlangt nach einer Entscheidung. Und diese Entscheidung, die musst du lernen zu treffen. Denn es besteht ja in jeder Entscheidung immer das Risiko, dass du dich ebenfalls einmal irgendwie für etwas entscheidest, was dir dann hinterher nicht so gut tut. Ja, das passiert nun mal und das ist normal, das ist was, das passiert mir auch. Ich sehe eine Immobilie, bin Feuer und Flamme, kauf sie und merke acht Wochen später, boah, diese Bahnlinie da hinten hinter dem Grundstück, die habe ich ja überhaupt nicht beachtet. Was soll ich sagen? Ich habe in die Scheiße gefasst, das ganze Objekt durfte wieder weg. Warum? Bringt nix. Warum? Ich war so begeistert und habe die große Entscheidung zu schnell getroffen. Hat mich ein bisschen Geld gekostet? Ja. Passiert sowas? Ja. Würde ich es aus heutiger Sicht nochmal machen, ein Haus zu kaufen? Selbstverständlich. Ich liebe ja Immobilien. Würde ich wieder ein Haus an einer Bahnlinie kaufen? Selbstverständlich nicht, denn ich habe ja was gelernt. Daher gucke ich heute zuerst, hey, wo liegt denn diese Immobilie? Gibt es da eine Bahnlinie? Ja, nein. Oder ich weiß heute zum Beispiel sowas wie, gibt es da eine Polizeistation, ein Krankenhaus irgendwo in der Nähe, das permanent irgendwie so ein Blaulicht jault oder eine Feuerwehr oder sowas oder eine Schule, wo die Kinder Lärm machen. Ich habe also aus dieser Handlung, aus dieser Entscheidung, die ich damals schnell getroffen habe, etwas gelernt. Und das, was ich daraus gelernt habe, das ist ein Riesengeschenk für all die Entscheidungen, die ich in Bezug auf Immobilien jetzt zu treffen habe. Kannst du das nachvollziehen? Ich habe sozusagen Lehrgeld für etwas bezahlt und das ist gut. Die Regel ist ganz einfach. Triff große Entscheidungen einfach schnell. Denn du wirst auf jeden Fall etwas dabei lernen. Manchmal merkst du hinterher, oh, okay, das war nicht die ideale Entscheidung. Ich darf mich nochmal neu entscheiden, umentscheiden. Und ja, manchmal kostet das ein bisschen Geld. Manchmal kostet das Zeit. Manchmal kostet das Energie. Doch genau so funktioniert der Prozess des Lernen und Tuns. Und wenn du von diesem Punkt, an dem du jetzt bist, weg willst, hin zu diesem Punkt, von dem du sagst, wow, das wäre der Punkt, an dem fühle ich mich angekommen in meinem Leben. Dann, das habe ich schon in ganz vielen der Podcast-Folgen erklärt, geht das nur über einen Prozess und der heißt Lernen und Tun. Lernen und Tun. Und wenn du lernen willst und tun willst, musst du dich darin trainieren. Diese großen Herausforderungen anzunehmen. Dazu brauchst du Entscheidungen. Du musst dich also darin trainieren, große Entscheidungen schnell zu treffen. Übrigens, wenn du niemals aktiv wirst, weil du Angst davor hast, den falschen Moment zu erwischen, kann ich dir eins sagen. Du verpasst garantiert den richtigen Zeitpunkt. Normal, weil es so wichtig ist. Wenn du niemals aktiv wirst, weil du Angst hast, den falschen Moment zu erwischen, dann verpasst du garantiert den richtigen Moment. Richte also deine Aufmerksamkeit nicht darauf, wie viele Entscheidungen du vermeiden kannst. Denn eine Entscheidung zu vermeiden, ist auch eine Entscheidung. Nämlich keine Entscheidung zu treffen. Und dann bleibt alles so, wie es ist in deinem Leben. Daher richte deinen Fokus lieber darauf, wie häufig du schon entscheiden kannst. Denn alles verbessert sich ja bekanntlich durch Übung. Auch deine Fähigkeit zum Treffen von großen, starken, bestärkenden, richtigen Entscheidungen. Mein Durchstarterrat heute für dich. Die beste Möglichkeit, die Unentschlossenheit zu überwinden, besteht darin, die Fähigkeit der Entscheidungsfindung zu trainieren, sie zu erlernen und ihr immer mehr Raum zu geben. Und je geschickter du darin wirst, umso größer werden auch deine Chancen, richtige Entschlüsse zu fassen, sie umzusetzen und große Erfolge in deinem Leben zu feiern. Befolge daher die nachfolgenden Schritte. Schritt Nummer 1. Nimm dir einen Moment Zeit und skizziere ganz kurz die für dich anstehenden Entscheidungen. Und zwar die, die du sowieso schon Ewigkeiten vor dir herschiebst. Dann machst du folgendes. Schritt Nummer 2. Liste alle Möglichkeiten auf, die du dazu auswählen kannst. Damit meine ich, überleg dir, was gibt es alles für Möglichkeiten, diese Entscheidung zu treffen und was könnte dann alles um diese Entscheidung herum passieren. Was passiert, wenn ich sie nicht treffe? Was passiert, wenn ich sie treffe? Schritt Nummer 3. Benenne für jede der Wahlmöglichkeiten die möglichen Resultate oder Konsequenzen. Also, wenn ich die Entscheidung treffe, was passiert dann? Wenn ich sie nicht treffe, was passiert dann in meinem Leben? Schritt Nummer 4. Benenne Wege, wie du das Risiko negativer Ergebnisse reduzieren und die Chance auf positive Resultate steigern kannst und dann überlege dir anschließend, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Konsequenzen aus Schritt 3 noch eintreten werden. Und bei Risiko, da kannst du an folgendes denken. Risiko entsteht immer dann, wenn wir nicht genau wissen, was wir tun. Wenn du dir jetzt über diese Entscheidungen und die Konsequenzen der Entscheidung jetzt schon Gedanken machst und abwägst. Okay, wenn ich das tue, könnte das passieren oder das passieren oder das passieren und das passieren und ich könnte so darauf reagieren, so darauf reagieren, so darauf reagieren und so darauf reagieren. Dann wirst du merken, dass auf einmal Klarheit entsteht, dass die Angst schwindet und das Treffen der Entscheidung viel, viel leichter für dich wird. Und mal ganz ehrlich, bei all den Entscheidungen, die du treffen musst, glaubst du, dass du tatsächlich irgendwann nackt, ohne Geld irgendwo unter der Brücke schlafen musst? Ja oder nein? Kennst du irgendeine Person mit Namen persönlich, die nackt, ohne Geld irgendwo unter der Brücke schläft? Die meisten Dinge, vor denen wir Angst haben, werden wahrscheinlich niemals eintreffen. Daher Schritt Nummer 5. Wenn du alle Optionen klar beschrieben hast, die Konsequenzen untersucht hast und dir überlegt hast, wie du negative Ergebnisse vermeiden und stattdessen positive Resultate erzielen kannst, dann solltest du eine klare Vorstellung davon haben, welche Möglichkeit die beste Entscheidung für dich im Hier und Jetzt darstellt. Und dann gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Denn halte diesen finalen Entschluss fest und setz ihn einfach um. Wenn du das trainierst und dir diese Fähigkeit, Entscheidungen schnell treffen zu können, zu eigen machst, wird sich dein Leben in einer Geschwindigkeit verändern, verbessern, von der du vielleicht noch gar nicht geglaubt hast, dass das überhaupt möglich ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Denk immer daran, du bist viel größer, als du denkst. Deswegen mach's einfach, triff große Entscheidungen schnell.